... und Gewitter und Sie sehen auch, dass die Temperaturen steigen. Und dass es feucht wird in der Luft, das können wir jetzt schon sehen, nämlich an Kondensstreifen. Dieses Bild von heute Morgen im Rhein-Main-Gebiet, das zeigt erstmal so hohe Zirn am frühen Morgen. Die aufgehende Sonne hat die so leicht rosa angefärbt. ... und sobald dann der Flugverkehr einsetzte, rauschten die Kondensstreifen über den Himmel. ... und Sie sehen auch sehr gut, wie der Wind da oben weht. Der kommt nämlich aus östlichen Richtungen, deswegen werden die Kondensstreifen nach Westen verweht. ... und dass wir die sehen können, liegt nur daran, dass es da oben feucht genug ist in der Luft. Übrigens, die Kondensstreifen, die lösen sich ja zum Abend oft auf. ... einfach deswegen, weil sie dann in tiefere Regionen sinken und da ist die Luft wärmer. Und wenn die Luft wärmer ist, dann lösen sich die Wolken auf. ... deswegen haben wir zum Abend hin oft richtig klar blauen Himmel. Schön, ich habe schon wieder was gelernt von dir. Danke. Jetzt weiß ich, was da im Himmel los ist mit diesen Kondensstreifen, warum sie kommen und warum sie wieder gehen. Wir müssen jetzt auch gehen. Oh ja, okay. Danke, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und tschüss bis morgen, ihr alter Frische. Tschüss. Die Kondensstreifen. Ja, die Kondensstreifen. Der Kondensstreifen an sich. An sich. Ja, ja. Wird immer wieder... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020